So, der Lina ist an erster Städte, der Bein ist jetzt wieder hin, meine ich. So, jetzt gehen wir in die zweite Runde, es ist ein Pflanz, da hinten ist ein Srinatz. Das ist ein Drahtpoliski, wunderbar zu groß haben. So, jetzt kommt die Pflanz. So, jetzt kommt die Pflanz. Ab, 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 ab! So, jetzt geht es los zum Ab. Der Lina, der Lina und der... Nein, bitte, ich weiß nicht, der Bein ist. Der Bein ist ein Drahtpolat da oben. So. So. So, das war's.